Ach Maggie! Ach Franz! Und wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, kommen Sie zu uns ins Kapitoltheater nach Offenbach. Am Sonntag, den 25. September um 14 Uhr oder um 18 Uhr mit der Komödie Ihr süßester Wahnsinn. Ihr Theaterclub Elmar. Der Wohlweilung des Stavt, den 2,0 Uhr Uhr, Untertitelung des ZDF, 2020